hallo ist der martin von money monkeys dass die dachsanalyse für den mittwoch den 3.4.2024 und unser dachs hat ja unseren kleinen hobbelhasen gegrillt einfach so einfach aufs feuer drauf gesteckt den friedlich guckenden osterhasen und hat sich den schön schmecken lassen ich hoffe dem einen oder anderen von euch hat das auch geschmeckt da durften ja so einige mal drauf gewartet haben auch wenn die ein oder anderen wahrscheinlich sogar von überrumpelt worden so richtig hübsch zu treten war es ja gar nicht so richtig wir hatten gesagt über 530 würde sich nach oben ein trickern da hatte dran rum geschnüffelt ich glaube er war sogar vorher mal unter der 500 und 460 und wir hatten gesagt unter 500 und 460 hätte ja das potenzial da bis 360 und tiefer durch zu treten also das war nicht ganz so einfach zu greifen ja dann hat er da unten drunter gehauen und auch direkt wieder nach oben gezogen da hat er sich bisschen mühe gegeben die leute sich vom sack zu halten halt damit eben nicht gleich wieder alle mitschwimmen und die ersten schon wieder dann long drin sitzen und zwar verkehrt rum und an der stelle kann ich schon immer wieder motivieren und auch ins gewissen reden er versucht mit dem markt zu handeln nicht zu sehr dagegen und man sollte sich auf keinen fall verrennen wenn eine trend umkehr einsetzt ja und der markt dann plötzlich in die andere richtung richtig anfängt los zu flanken dass man sich dann zu der trenne verkämpft und dann nur weil man vielleicht einmal auf einem long ausgestoppt wurde sich dann so rein verrennt und dann muss es jetzt plötzlich nur noch long sein und man sucht nur noch longs da sollte sollten insbesondere die von euch aufpassen die ihr hoch zu richtig jetzt auf der short seite verloren haben weil sonst verdienen sie die gleiche strecke runter zu dann auf der long seite ja und das ist eigentlich dann der worst case aber das ist die regel das passiert ganz vielen so weil die börse halt eben so konditioniert ist die leute so zu drehen und zu lenken dass das eben immer wieder so klappt ist psychologisch betrachtet sehr interessant die das mal zu beobachten am ende ist es aber immer 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 wieder das gleiche so wir haben jetzt hier auf dem letzten kleinen zwischentief aufgesetzt also auf einem auf dem dienstag hier 285 die war uns ja auch so wichtig dass es sich dort noch mal hält und stabilisiert 360 waren der wichtige zwischenstation und eben der bereich um 300 285 den hat jetzt angelaufen auch ein bisschen angezogen also ein bisschen eine stabilisierung schon erwirkt allerdings ist die noch nicht so richtig das ist es eher mehr noch man muss schon als stabilisierungsversuch werden also ich würde es noch nicht als rücklauf werden dafür ist es zu wenig was hier unten passiert ist und erinnern wir uns an das zurück was wir ein bisschen besprochen hatten gab es also zwei optionen entweder er zieht da über 5 30 wieder raus hoch in die 600 und dann eben auch schon durch richtung 670 oder die andere option war ja gewesen dass er sich an der vorherigen bewegung vom ostermontag deswegen hatte ich euch das gezeigt orientiert und eben dann nach unten drückt ja das eben noch so eine abwärtswelle wie schon am ostermontag nach unten tritt einfach weil die amerikaner das ja eben abgebildet haben das hing ja an den amerikanischen futures die indikation die ich euch gestern gezeigt habe zum montag und das hat er jetzt nachgebildet ja bleibt das jetzt bei dieser zweiteiligen abwärts bewegung hätte der dax sogar die möglichkeit das wieder auszukontern ja und jetzt hier einfach wieder friede freude eierkuchen zu machen und sich oben raus zu stellen und dann ist das thema erledigt läuft bis 670 700 und noch weiter aber ich glaube so einfach wird es gar nicht und ich glaube auch nicht dass es ihm so direkt gelingt ich könnte mir vorstellen dass wir zum mittwoch noch ein bisschen nach oben raussetzen können also zurücksetzen können in dem sinne ja wir hätten im bereich um 360 jetzt einen sehr interessanten bereich und dann hier so oberhalb von der 420 wo ist es so am vormittag das rumgestochert hat mit der hat er einmal nach unten reingezogen hat er angetäuscht dass unter 460 raus fällt dann hat er sich doch wieder zurückgezogen richtung 500 um dann doch wieder nach unten weg zu kippen in dem bereich könnte ich mir sehr gut vorstellen dass hatten dass das jetzt so haupt rücklauf ziel ist weil dort hat er die leute gelingt bekommen halt dort hat die veralbert bekommen und das kriegt auch den meisten umsatz generiert wenn er da jetzt noch mal ein läuft und das ist halt was was er dann gerne macht ja und von daher wären das meine zwei ziele auf der oberseite für den mittwoch wenn er sich den gut macht einmal die 360 und dann der bereich da um 435 470 allerdings muss man jetzt sogar das als short mark betrachten also der könnte von dort dann auch wieder nach unten wegdrehen und wieder auf die tief zurückfallen hier auch richtung 260 und dann auch richtung 200 schon mal anstolpern ja 200 ist dann die nächste und dann wird zwar unten ein bisschen freier richtung 18 40 18 tausend sondern die 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 nächsten zielbereiche auf der unterseite oben müsste im kunde sich über 500 zurückkämpfen dass man sagen kann okay hat das jetzt ausgekontert und jetzt geht es richtung 670 weiter muss wirklich über 500 wieder drüber kommen macht es jetzt hier ein bisschen schwer aber wer jetzt einen rücklauf antreten will und dann kriegt die grüne kerzen kann ja unten schon was anstellen aber es muss halt abgesichert passieren dass es einem eben nicht passiert dass man dann jetzt hier irgendwie keine ahnung bis 17.000 dann long aussitzt wenn er jetzt nach unten austritt ja also da wirklich so in den kerzen im tag ist die man zur vorsicht natürlich kann die umgedreht werden natürlich kann das wieder nach oben rausgehen aber man muss wirklich aufpassen was man macht dass man jetzt nicht anfängt nachdem man die ganzen grünen kerzen alle shortrandet hat jetzt anfängt plötzlich alle roten kerzen long handeln zu wollen das ist nicht so gesund einfach halt na das kann ich hier nur wärmstens ins gewissen reden ja das ist einfach einfach nicht gesund das ist einfach nicht gesund das dankt einem das pro auf jahres ist nicht okay damit ist eigentlich alles gesagt wir haben unten die zielbereiche die noch reichen können wie gesagt ich könnte mir sehr gut einen rücklauf vorstellen 360 420 nicht 424 35 470 so da wo es so gezuckt hat muss auch aufpassen dass ich mit dem tag nicht durcheinander kommen wir hatten jetzt dienstag am dienstag da rein und dann noch mal runter könnte ich mir am besten vorstellen dass er da irgendwie versucht drin rumzustellen kommen ansonsten ja wenn es über 500 gibt dann kriegt es schon sehr nach konter und kriegen wir neue tiefs oder dreht sich von 360 oder 435 da wieder deutlicher nach unten ein sind auch 18.200 und auch 1840 bis 18.000 erreichbar auch schon am dienstag am mittwoch okay seminar der hinweis wir wurden die kontingente abgelehnt hatten an dem wochenende was ich jetzt hier reingeschrieben habe vom hotel weil die uefa das war alles blockiert hat wegen fußballspiel in frankfurt da irgendwie schweiz gegen deutschland habe dann versucht ausweich hotels zu finden auch die haben ja das blockiert weil auch die oder abgelehnt weil auch die von der uefa blockiert worden deswegen verschieben es eine woche nach hinten machen es quasi in der letzten juni woche das musste der 28 29 ich hänge es aber hinten gleich noch mal rein wer da kommen möchte mail schicken er kriegt am wochenende von mir dann die rückmeldung mit einem weiteren prozedere wie es abläuft und so weiter und so fort und was kostet und den ganzen raten schwanz habt dazu eine copy and paste nachricht da kann ich den ganzen infos schicken ohne dass ich da jetzt noch zehn minuten lang drüber erzählen muss einfach copy paste und das kriegst du am wochenende dann von mir mehr ich sammle das jetzt erst mal ein bisschen nicht dass er euch dann wurde dass er vielleicht nicht gleich direkt eine antwort also ich wünsche euch viel erfolg am mittwoch genau mittwoch und was das wird riecht bis nach umkehr sehr gespannt also müsste schon direkt jetzt am mittwoch einer grünen tagskerze dahinter knallen um das auskontern zu wollen ja aber es riecht mir eher fast danach wie es kommt da kommt da vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr wäre auch mal schön wenn es nicht nur einwandstraße ist auch wenn der aufwärts trennen viel spaß gemacht hat ja auch uns viel spaß gemacht hat haben dann ja gut gegriffen gekriegt ja aber ein bisschen abwärts macht zur gelegenheit auch mal wieder spaß ich stehe mir nämlich auch besser da wie die die alle nur auf ihrer aktien sitzen und bei entholt und sich dann wie die kings fühlen halt weil sie nur in eine richtung unterwegs sind und dann auch noch besser davon kommen wie die die in beide richtungen was können ja macht dann ja dann auch ein bisschen spaß wenn man dann runter zu auch mal ein bisschen paar punkte noch mit abtragen kann jetzt könnte sich langsam eine gelegenheit dafür bieten ja haben wir so die letzten analysen auch nicht im mund wobei wir es am donnerstag schon angefangen haben ein bisschen zu betonen dass nach unten fallen kann auch jetzt zum mittwoch zum dienstag hat man ja auch ein bisschen angedeutet naja wegen der bewegung am montag kann es nach unten gehen aber es verdichtet sich halt nein es wird jetzt interessanter wieder auch möglichkeiten nach unten zu besprechen insbesondere mit so einer schönen tagescherze hier drin ich wünsche euch viel erfolg mach hierzu wir haben uns morgen wieder bis dahin tschüss